So, die Zeit läuft ab. Drei, zwei, eins. Und wir haben es geschafft. Ich habe das Ding ein bisschen ausgetrickst. Ich bin am verdorben nach unten immer ausgeswitcht. Ich muss dafür nur gedrückt halten, in die Richtung, wo ich hin möchte. Und den Bastard schlafen. Oh mein Gott. Ich sag nicht, dass die Banner jetzt... Wo ist sie jetzt? Äh, da sind auch noch welche, wenn sie sich jetzt hier mit dem fette Dörr rein. Das werden die erfassen. Ah, schau mal. Ah, da sind noch ein paar Bananen. Don, 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 don. Jawohl, wir haben schon mal drei von zehn. Ich tu mal... Ne, ich wollte gerade noch kurz safen. Wenn wir ins Menü reingehen, wir haben fünf von fünf, vier von fünf, drei von fünf, fünf von fünf. Okay. Wir müssen aber schauen, wo die Restschlawiner-Münzen sind. Ja, genau. Ist hier sonst noch was gewesen? Ne, ich glaube nicht. Nein, das ist immer erledigt. Habe ich die fünf nicht aktiviert? Wo war die denn? Toll. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich möchte die Folge jetzt auch nicht mehr so lange zu lange halten. Denn sie soll ja heute noch frisch raus. Das heißt, wirklich für euch ist es heute die erste. Ja, genau. Das ist halt die... Ich mache mittlerweile sehr gerne so morgens so schön so eine Folge anzuerfolgen, je nachdem ich gerne möchte. Das ist immer so eine relative Sache. Was ist denn da? Ne, wo ist denn füllen? Hau ab ihn. Das füllen wir gerne auf jeden Fall auf. Hau ab. Da libra dir... Hau die Latte mit dir. Guten Tag. Was war denn hier noch? Na wie gesagt. Ah, da ist noch ein Stein. Sauber. und ganz viel überlaufen und 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 ich finde ich auf jeden fall immer heiß hinterher und ah na komm ich an schnellst noch oder das ist ne schwere frage 50 Sekunden Schnellst nicht wundern dass der Sound jetzt Ich will einfach nur schneller voran, d.h. ich könnte relativ... ...dringt der 4 oder oben ist sowas. Oh, das könnte sein. Ne, ne, das fehlt nix. Ne, da muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Gibt's da ne Nummer dafür auf jeden Fall. 2, muss ich gleich gucken, wo ich die finde. Ich glaube, der ist das Einzige, der hat 100 Bananen gleich, ne? Also, ich hab gar nicht geguckt, wo die 2 hier geht. Okay, 2 ist da. Alles klar. Die Frage ist, wie komm ich da hin? Ja, der hat Laura da. Okay. Jetzt wunkelt der da oben, seht ihr das? Ach, das kann, ähm... Das können hier die Dinger sein. Das ist so der Durchschein. Die wollen ja öfters mal. Ich weiß nicht, ob ich hier nur so ein PEG ist oder so. Da muss er es dann. Oh, ne Bananen. Die Frage ist, was ist schneller? Dass ich schneller nach links runtergehe? Ich weiß jetzt nicht, was schneller ist. So sicher frage ich mich gerade mal. Da bin ich mal so cool. Zack. Ja okay, die Kamera ist nur so. Ah ja, das wissen wir. Also ich muss nun geradeaus laufen und die 2 Ratspenenklaufen laufen 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 laufen. Und dann sollten wir es... Oh Scheiße... Schnell... Ich wundere, dass irgendwie geht, sagt das. Dann komm ich auf jeden Fall schneller voran. Wie ich das so machen... Komm schon. Jawohl, wir sind drüber. Nummer 2. Nummer 2 ist ganz oben. Alter, geh weg. Ich will nicht als Bananen haben. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Nur weil ich an diesem Scheißdinger häng... Was? Okay, das schaffen wir jetzt. Schau, kaut der Uhr, das sehen wir jetzt. Wir haben 20 Minuten, das halt gemacht. Was? Wir sind jetzt an 18 Minuten. Ein bisschen drüber. Haben wir schon mit zwei Folgen raus. Wenn ihr die seht, haben wir schon den Tag danach als der dritte. Was? Ach, ich kann nicht einfach durchlaufen, ne? Eins, zwei, drei... Ach, ich bin auch fast schon da, ne? Das heißt, ich müsste gar nicht da rumlaufen und mir diesen Warp antun. Zappelkiss da hinten. Zappelkiss da hinten. Oh, Bananen... Hm, Bananen... Ich würde gerne interessieren, wie die Restlichen Bananen sind allgemein. Aber Lenky habe ich noch da oben gehabt. Das ist klar. In Tiny fallen ja auch noch welche. Aber wir sind, glaube ich, vier Sekunden schneller. Ich brauche noch mal Zeit. Ah, die Aktion frisst viel. Ich bin ganz entspannt an den hier vorbei. Zieh ihn hier, komm schon. Ganz gemütlich an die Bananen vorbei. Und... Bam! 3 und 80. Nice one. Dann gib mir die hier noch ab. Ja klar, gib mir ein paar Bananen, Junge. Den... 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 du... 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 Jetzt kommt doch mal rein. Warte mal kommizar Ohhhhhhh 수 muitaaa. Ohhhh... Ah, natürlich möchte ich den jetzt ganz gerne sehen. Ich schau da ancient aslan. Es kommen noch ungefähr drei Level? Wiß das? Mistverfortzung. Let's foto. Drei... 3 Level anscheinend noch. Das ist gut. Exit natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier save nochmal, habe ich alles mit dem hier gemacht. 3 Badarn fehlen noch. Das heißt, da fehlen auch noch 5 danach. Da weiß ich sogar wo die sind. Die können wir uns eben noch schnell holen. Nur da fehlen mir auf jeden Fall. Das heißt, mit Lenky hole ich mir auf jeden Fall. Da würde der Rest halt sein. Die Resten die beiden haben sind von den anderen. Das ist eine Frage für sich. Da muss man einmal ganz in Ruhe durchgehen. Aber wenn wir 100% haben wollen, dann hätten wir es ja gemacht. Würden es machen. Das habe ich ja noch nicht mehr. Hat der alle Bananen einen? Ne, dem fehlen noch einer. Weiß ich auch vielleicht welche. Dann schaue ich... Ah, die machen wir noch immer bewusst. Da war doch die seine Ding, wo ich gescheitert bin. Kann der hier noch da ändern? Das war glaube ich hier vorne. Obwohl ich doch nicht herausgefunden habe, wo ich hier weiterkomme, oder? Ich verstehe nicht, oder sind das die Dinger hier? Oh mein Gott. Kann ich einfach so machen? Und das große Geheimnis deckt sich auf... die Banane. Okay, bananenreicher Tag, weil ich wieder gehabt bin. Das ist ja gut drauf. 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5. Die noch, die Rest liegen. Bananen und eine Fee. Oh, da bin ich... Oh nein! Da ist ja auch noch nicht. Das ist auch noch nicht. Oh nein! oh nein das gibt es doch nicht jetzt hatte ich es auf jeden fall im bild jetzt habe ich die flute kleine jetzt füllen wir mal bitte alles auf dankeschön Hallo der kleine Fee ich denke mal dass mit Didi alles nach oben ist da muss ich auch mal schauen aber ich würde sagen ich spreche nochmal komplett ab hier da wir eh das Level aber sowieso verlassen mache ich Exit Level ich würde sagen ich hoffe es hat euch gefallen zwei kleine wunderschöne Folgen und tschüss wir werden dann auf jeden Fall oder